Jörg González Jörg González, entwirft er bald die Lett und traute X27 SEMIKOLONES DANCE KOSTÜME? Er weiß, wie man glänzt. Jörg González Als Lett-Stanze-Juror sorgt Jörg González, 50, nicht nur mit seinen fachkundigen Bewertungen für Aufsehen – vor allem mit seinen extravaganten Roben – setzt der Kubaner von Schutze schon neue Heilitz. Seine Experimentierfreudigkeit lebt er jetzt auch in seiner neuen Kollektion aus – die Generalprobe für sein Debüt als Lett-Stanze-Kostüm-Designer? Für die Showballet Revoluzio mit akut ein Name der 50-Jährige jetzt zum wiederholten Male Schneiderkreide und Schere in die Hand und entwarf bunte Kostüme für den kubanischen Tanzakt. Das Gesinnen der Showkostüme von Anna Nechiti, 29, Ekaterina Leonova, 30, Erich Klan, 30, und Co. Überlässt er aus Zeitgründen aber lieber anderen, wie er Promiflas verrät, weil gibt es ein Team, das macht einen wunderbaren Job. Und man muss bedenken, es sind so viele Paare, so viele Tänze und Choreografien, das ist ein wirklich, wirklich stressiger Job. Er selbst sei einfach zu beschäftigt, um für das Format die Nadeln zu schwingen. Über Langeweile kann der Kollege von Motsi Mabuse, 36, und Joachim Lambi, 53, zwar nicht klagen, auf seine Jury-Tätigkeit will er aber auch im neuen Jahr nicht verzichten, er ist 2018 auf jeden Fall wieder mit an Bord auffälliger Robin und große Show-Momente inklusive. Kostüme